Musik 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 Was ganz gut, dass wir die Krödel dabei haben. Super Tipp Dieter, ohne die ging es jetzt nicht so leicht. Bergheil, 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 so, jetzt sind wir hier rum am Dreisessel, hier hinten startet dann der Winterweg, unser erster Gipfel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 So, wo gehen wir denn hin? Wir gehen mit Treu Mesna Ok Ja Treu Mesna, Treu Miesi und Tristoličnik Wir gehen uns mal aufeinander und kommen sich gleich voll aus Musik 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 So, jetzt sind wir in der Mitte, was hast du da drüben? Drüben. Drüben? Bundesrepublik Deutschland, auf der Rückseite ist Österreich. Oberösterreich, da wollen wir genau sein. So, der Plöckenstein ist erreicht, unser Tagesziel, der Gipfel ist auf jeden Fall in Österreich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 So schaut Gipfelglück aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wäre geil. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.